Herzlich Willkommen bei diesem Überraschungsangebot. Sicherlich habt ihr festgestellt, dass Astrologie meine große Leidenschaft ist. Ja, ich bin mit Herz und Seele dabei. Astrologie ist auch wichtig. Astrologie beschreibt unseren Schicksal von Geburt bis zu unserem Lebensende. Wir sind aber frei, wir müssen nicht in diesen Weg gehen. Das wäre der goldenen Weg. Aber wie oft bewegen wir uns in die richtige Richtung. Manchmal machen wir Umwegen oder sind wir sogar in einer Sarkasse und suchen wir Ausweg. Unsere Seele führt uns zurück zu diesem goldenen Weg. In diesem richtigen Weg zum Gehen. Natürlich gibt es auch Einflüsse von den Sternen. Und es ist klug, dieser Plan zum Kennen hilft bei Selbsterkenntnis, hilft zum Erkennen, wo ist unser Platz im Leben und auch, was ist zum Erwarten? Was kommt als nächstes? Dieser Überraschungsangebot gilt bis Jahresende bis 31. Dezember 2018. Damit möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken, Astrologie näher bringen, euch zum Ermöglichen, euren Geburtshoroskop deuten lassen und ein Einblick gewähren, was kommt Jahr 2019. Ich könnte sagen, ein Geburtshoroskop-Analyse und ein Jahreshoroskop. Mein Honorar beträgt diesmal bei diesem Überraschungsangebot 25 Euro. Das bedeutet, für 25 Euro bekommt ihr ein Geburtshoroskop-Analyse und ein Jahreshoroskop. Bis 31. Dezember 2018. Ihr dürft wählen. Wünscht ihr das nach westlichen Astrologie? Wünscht ihr das nach indischen Astrologie oder nach chinesischen Astrologie? Ich empfehle euch die indischen Astrologie, weil da ist die Berechnung präzis. Übereinstimmend auch so, wie die Astronomen das auch berechnen. Außerdem in indischen Astrologie gibt es noch die Mondhäuser und das ist faszinierend. Ab sofort könnt ihr dieses Überraschungsangebot schon buchen. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Bitte dazuschreiben, Überraschungsangebot oder Horoskop-Analyse plus Jahreshoroskop. Dann teilt bitte mit, ob ihr das nach westlichen Astrologie, nach indischen oder nach chinesischen Astrologie wünscht. Was ich noch benötige, das ist euer Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Ich bedanke mich für das Zuhören. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuhören.